Grüß Gott und Buongiorno aus dem wunderschönen Sterzing Vipeteno in Südtirol. Ich bin hier im Hotel Rosskopf, Zimmer Nummer 226 und ja, das ist ein nettes kleines Hotel. Ich bin gerade eben angekommen, die Firma Leitner Sessellifte lädt ein, um hier den neuen Rosskopflift einzuweihen. Und darum haben wir hier so ein nettes kleines Doppelzimmer bekommen. Ja, ich zeige es euch mal, das ist jetzt nicht groß, nicht viel. Da drüben ist ein Schrank, hier ist ein schönes Doppelbett. Der traumhafte Blick raus, den genießen wir gleich. Hier ist noch ein Stuhl und ein kleines Beistelltischchen Fernseher, der zu drehen ist, sodass man es schön von der Couch und vom Bett sehen kann. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das Ding hängt ganz schön los. Sollte er so sein, vielleicht soll er so sein. Aber ja, na gut, lassen wir mal, bevor er mir runterkracht. Und hier haben wir das Badezimmer, gleich gegenüber von der Tür. Wenn man reinkommt, schaut man aufs Waschbecken und das Klo. Und auch hell, schön modern, eigentlich alles da, was man braucht. Seifenspender, Föhn, Kosmetik, Spiegel, Toilette und BD. Südtirol ist ja Teil von Italien. Außerdem braucht man dann halt für die Italiener, Südeuropäer ein BD. Schöne große Dusche, Seifenspender, alles da, was man braucht. Und hier ist auch nochmal ein Schrank, weil wir hier in einer wunderschönen Urlaubs- und Skigegend sind. Und jetzt hier auch mit einem kleinen Tresor drin. Ist es toll, wenn man zwei Schränke hat. Ich nehme an, dieser Schrank hier hat auch nochmal schön viele Fächer, wunderbar. Also das reicht hier locker, um ein, zwei Wochen Skiurlaub zu machen. Dann schauen wir doch mal raus. Wir haben gerade so wunderschönes Wetter. Kleiner Blick auf mich. Ich habe noch die Jacke an. Bin gerade erst reingekommen. Und ja, hier, das ist das Wetter. Da unten, gleich da vorne, ist die Brennerautobahn. Da hinten sieht man auch schon ein paar Burgen und so weiter. Da oben ist auch noch eine Burg. Da oben drauf. Und ja, das ist hier das schöne Sterzing. Gleich hinter dem Brennerpass. Gerade schön so Südtirol, ganz herrlich. Die Altstadt ist nicht weit entfernt. Die Straße tobt vor der Tür. Und ich gehe mal wieder rein. Dann hier ist es deutlich wärmer. Draußen sind es minus 5 Grad. Und ich muss sagen, die Fenster sind ordentlich schalldicht. Also die Straße ist ja schon ein bisschen lauter. Und hier hört man nichts. Sehr angenehm. Sehr schön. Also das soweit. Ein ganz kleiner, schneller Einblick in das Zimmer 226 vom Hotel Rosskopf in Sterzing. Absolut toll. Sehr schön. Sehr nett. Modern. Gefällt mir gut. Ciao. Servus. 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 Bis zum nächsten Mal.